Was ist Goldfisch-Sex? Meine Lieben, mit dieser grundsätzlichen Frage beginnen wir diese Woche. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Offene Sendung, offene Show heute Abend und meine Frage an euch. Was ist Goldfisch-Sex? Habt ihr schon mal davon gehört? Habt ihr es gar schon mal gemacht? Wenn ihr Lust habt, mich anzurufen, mit mir zu reden, über welches Thema auch immer, über den Goldfisch-Sex oder über irgendetwas anderes, die Telefonnummer 0130 29 11 und die Faxnummer 0130 11 51 22. Barbara, 51 Jahre alt. Hallo. Hallo. Barbara, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ich habe große Sorgen und zwar, mein Mann ist seit einer Woche verschwunden und ist gegangen auf eine Geschäftsbesprechung und ist nicht mehr heimgekommen. Aber ich kenne das Problem schon etwas länger, hat das schon also öfter gemacht. Und zwar ist er depressiv. Ich habe das nicht gewusst. Er ist mein zweiter Mann. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind jetzt acht Jahre verheiratet und nach drei Jahren tauchte das auf, das Problem. Und ich weiß nicht, was ich machen kann. Ich habe hier eine Firma und ich komme jetzt auch nicht an die Polizei, wenn das man ihn sucht. Und ich habe einfach furchtbare Angst, dass ihm was passiert. Ja. Warum kannst du dich nicht an die Polizei wenden? Weil du eine Firma hast? Ja, ich habe das schon mal gemacht und dann hat man mir gesagt, jeder kann heute frei entscheiden, wo er hingehen will oder wann er kommen will. Und er ist ja schon öfter mal weg gewesen. Und er kommt dann auch irgendwann zurück oder ruft an. Und das letzte Mal war es so schlimm, da waren schon halt die Beine bald abgefroren. Das war also eine Katastrophe. Und ich bin mit ihm beim Therapeuten und so weiter. Aber wir kriegen da keine Hilfe. Das funktioniert nicht. Also nochmal eins nach dem anderen. Er ist einige Male schon abgehauen, ist weggegangen. Wo ist er denn dann hingegangen? Er fährt mit dem Auto irgendwo hin. Er versteckt sich, als er übernachtet im Auto. Und er hat mir das so erklärt, das fängt bei ihm ganz plötzlich an. Er möchte nach Hause fahren und dann startet er so rechts ab, biegt er links ab. Und bei ihm kopft er alles wie in der Wäscheschleuder. Und wie lange war er das letzte Mal zum Beispiel weg? Das letzte Mal 16 Tage. 16 Tage? Ja. Und was hat er diese ganzen 16 Tage gemacht? Hat er nur im Auto gelebt? Im Auto gelebt, ja. Und ist dann nur im Wald irgendwo spazieren gegangen. Also da, wo ihn niemand findet oder sieht. Und daher auch die, dass die Beine schon geschädigt waren, sagst du? Ja, er war also ziemlich fertig auch. Er ist dann kaum was oder nur, wo er vielleicht irgendwo mal was kriegt. Ich weiß es nicht mehr. Er spricht dann auch nicht darüber. Und der Therapeut kommt da nicht ran. Und jetzt habe ich mir überlegt, ob es irgendwo eine Möglichkeit gibt. Vielleicht ist die Therapeutin da im Studio. Ich brauche vielleicht eine Therapie über Hypnose. Dass man da irgendwo einen Knoten löst. Also es gibt eine therapeutische Behandlung schon seit einiger Zeit. Ja. Aber ohne Erfolg. Ohne Erfolg. Hattet ihr denn mal überlegt, dann den Therapeuten zu wechseln? Offensichtlich funktioniert das ja dann nicht zwischen ihm und dem Therapeuten. Ja, er ist auch bevor wir verheiratet, waren schon mal in der Klinik gewesen. Und da wurde also nur mit Medikamenten ruhig gestellt. Das letzte Mal, dass er 16 Tage weg war. Das war dann wahrscheinlich auch für dich die Hölle auf Erden. Was hast du da alles unternommen damals? Ich habe alles unternommen. Ich habe Polizei verständlich. Man hat versucht, ihn zu suchen. Aber man macht das nur ein paar Tage. Und dann sagt man, man ist ja erwachsen. Man kann also hingehen, wo man will. Und man braucht da keine Nachricht geben, solange man nicht irgendein Verbrechen begonnen hat. Und ich weiß, er muss sehr, sehr depressiv sein. Und er ist dann von sich aus aufgrund einer eigenen Entscheidung dann wieder zurück nach Hause gekommen? Ja, er hat dann angerufen und hat so sehr vorsichtig am Telefon meine Reaktion abgewartet. Weil das ist für mich auch ein furchtbarer Stress. Ich meine, es war auch so weit, dass ich selber dann auch nicht mehr leben wollte. Ja, eine ungeheure Belastung ist das. Jetzt ist er genau eine Woche weg und du hast überhaupt nichts von ihm gehört und hast auch gar keine Vorstellung, wo er sein könnte. Doch, ich kann mir vorstellen, dass er im bayerischen Raum lebt, also nicht lebt, sondern ist, weil er dort mal gelebt hat und auch die Berge sehr schätzt und er liebt. Barbara, nun sind natürlich unsere Hände hier fast gebunden, da irgendetwas zu tun. Mir fallen nur zwei Sachen im Moment spontan ein. Es besteht die Möglichkeit, dass du für den Fall, dass er vielleicht diese Sendung irgendwie sieht, irgendwo hört. Ich weiß es nicht. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Dass du ihn ansprichst und dass du vielleicht gleich im Anschluss an mein Gespräch nochmal mit meiner Therapeutin sprichst. Ja. Willst du es vielleicht denn doch mal versuchen? Ich meine, wir haben hier schon so kuriose Dinge erlebt, dass Leute dann doch die Sendung verfolgt haben, wenn sie auch ganz woanders waren, dass du vielleicht auch ein paar Sätze zu ihm sprichst. Ja, ich weiß, ich denke nicht, dass er sieht, weil er sich einfach immer verkriegt. Das ist wie eine Art, ja, ich denke bald wie eine Art von zurückgezogen sein. Ich kann es mir sehr naturverbunden, ja. Hat er denn in irgendeiner Weise auch eine Befürchtung, wieder nach Hause zu kommen? Du sagtest gerade, dass er angerufen hat, um mal vorzutesten. Hat er vielleicht Angst, dass du ganz negativ reagierst auf ihn? Ich habe immer sehr positiv reagiert, weil ich für mich ihn unterstützen möchte, ja, weil das sind Dinge, die für mich schon, ich habe es vorher vor der Ehe nicht gewusst, also es war drei Jahre auch gut gegangen. Also ich denke, man hat nie danach gefasst, man hat nie versucht, diese Ursache irgendwo zu finden und ich habe gesagt, du, ich helfe dir, was wir machen können, das möchte ich machen und einfach probieren. Also auf der Basis der gemachten Erfahrung besteht ja schon die Hoffnung, dass er von sich aus wiederkommt. Dann würde ich euch wirklich ganz, 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 ganz dringend raten, einen anderen Therapeuten zu suchen, der auch vielleicht ganz anders arbeitet. Du hast gerade schon ein Stichwort gesagt. Ja. Und um einen solchen Menschen zu finden, solltest du vielleicht gleich mit meiner Psychologe, mit der Elke, ein paar Worte sprechen. Ja, das wäre immer ein Wunsch, ja. Also das direkte Ansprechen meinst du, bringt nichts, weil er dieser nur nicht verfolgen wird? Nein, wird er nicht verfolgen. Ja. Dann machen wir das so, wir werden dich gleich sofort wieder anrufen. Ja. Barbara. Gut, danke. Viel Glück wünsche ich euch. Danke. Tschüss. Herzlich willkommen, Bianca, 23. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Bianca. Und zwar Goldfischsex ist bei uns besser bekannt als Löffelchensex. Als Löffelchensex? Ja, der Kuschelsex. Der Kuschelsex. Also nur, nur kuscheln. Kuscheln und halt. Sprich es ruhig aus. Halt von hinten. Ach so. Ach so. Ja, das ist, das meinst du, das wäre Gold, Goldfischsex? Ja. Also stimmt nicht so richtig. Stimmt nicht so richtig. Ne, stimmt nicht. Ne, das verrate ich jetzt noch nicht. Mal sehen, was die, was die Leute noch im Laufe der Sendung alles so anbieten. Ich habe einen Lösungsvorschlag aus einem Lexikon. Das werde ich euch am Ende der Sendung vortragen, falls nicht jemand von euch selbst auf die Idee kommt, da mal nachzuschlagen oder es vielleicht sogar weiß oder da Erfahrung auch hat. Ja. Jürgen darf noch schön mal meinen zum Hochzeitstag gratulieren. Ach, aber ganz schnell. Dann ist Schluss heute mit dem Gratulieren. Also, ich wünsche dir alles Gutes zum Hochzeitstag. Ich liebe dich. Zack, 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 zack. Also, Bianca, Löffelchensex war es nicht. Trotzdem wünsche ich dir mit dem Löffelchensex viel Spaß. Okay. Tschüss. Löffelchensex heißt ja Löffelchensex und nicht Goldfischsex. Dann wäre dieser erste Ausdruck ja sinnlos und überflüssig. Achim, 56. Hallo Achim. Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Dein Thema. Jürgen, ich habe ein großes Thema und zwar ist bei mir, ich bin 56 Jahre alt und ich habe vor 30 Jahren eine große Straftat begangen. Vor 30 Jahren? Ja, genau 67 gewesen. Ja, der 31 jetzt ja. Also 67. Und zwar war das so gewesen, ich habe hier, damals war ich noch West-Berlin gewesen und ich habe mit meinem Bruder, wir haben hier eine Fälscher-Werkstatt aufgemacht, hier im Wedding und haben da 50 Markscheine hergestellt. Also erst war eine Dollar gewesen, aber das hat sich nicht rentiert und dann haben wir nachher auch 50 Markscheine umgestellt. Also Geldfälschung. Ja. Wie viel habt ihr hergestellt? Wir haben knappe 600.000 Mark gehabt. Kann man sich das fast schon so so kriminalromantisch vorstellen, ihr im Keller an einer alten Maschine? Naja, das war eine normale Mietswohnung gewesen, im dritten Stock. Und wir hatten ein kleines Zimmer, das war ungefähr so 15 Quadratmeter und das hatten wir mit Matratzen, hatten wir das ausgeschlagen. Weil die Maschine, die hat so einen Krach gemacht, die hat. Also wir konnten nur nachts drucken, weil die Maschine auch unheimlich viel Strom verbraucht hatte. Nun gehört ja für so etwas ein enormes Know-how. Woher hattet ihr das? Also das ist erst, viele Leute und die von der Zentralbank in Frankfurt bei der Verhaftung, die haben uns das ja auch nicht geglaubt. Also wir hatten uns, also ich bin vom Beruf, bin ich Theatermaler. Und also das ist eben die Malerei. Ich meine, das hat ja damit nicht so viel zu tun. Ein bisschen vielleicht schon. Also ein Auge für Feinheiten hast du da schon. Ja. Aber wir haben uns, hier in Berlin, hier gab es eine große amerikanische Gedenkbibliothek am Neuendorfplatz. Und dort sind wir jeden morgen hingegangen und haben uns alle nachgelesen. Ja, es gibt ja so Bücher, wo so drinsteht, wie sowas gemacht wird. Die kann man frei bekommen. Ja, es gibt direkt Fälschungsbücher, ne, und so. Also da. Naja, und dann haben wir uns jetzt so angeeignet gehabt. Und dann habe ich zweieinhalb Jahre, also von 1964 bis 1966, habe ich an die Matrize gestochen, ne. Also du warst der Kopf der ganzen... Ja, ich war der, ja, ich war der Kopf der ganzen. Ja, und dann hatten wir, äh, es ging ganz gut. Und dann hatten wir hier in Berlin einen Schein umgesetzt, ja. Und der war, eine Woche später war der aufgeflogen. Da war hier in der BZ in der Berliner Zeitung, war ganz groß abgebildet gewesen, Vorsicht, äh, 50 Mark Scheine. Wie ist der aufgeflogen? Das heißt, ihr habt einen Fehler gemacht? Ja, wir haben einen Fehler gemacht, ja. Also ich wusste nicht, dass das der Fehler ist, aber ich hatte keine Lösungsmöglichkeit dafür. Und zwar, jeder, jeder Geldschein hat einen Magnetstreifen. Mhm. Und den hatte ich nicht drin gehabt. Ja, das war mal ein gravierender Fehler, ne. Das war ein gravierender Fehler, aber ich wusste keine Lösung. Aber das wusstet ihr vorher auch schon, dass das ein Manko war, der ganze Geschichte? Ja, das wussten wir. Und trotzdem, seit ihr das Risiko eingeladen habt, gedacht, raus damit. Ja, wir haben halt jemanden losgeschickt gehabt, der hat uns ein paar Buletten geholt aus dem Imbissbude, ne, und der kam, tatsache, wieder mit dem Geld umgetauscht, ne. Und da haben wir uns natürlich gewundert, ja, dass das eben nicht so aufgefallen war. Das ist die eine Sache aufgelogen, der erste Schein ist dann in die Öffentlichkeit gekommen. Ja, und dann war das so, dann hatten wir ein halbes Jahr aufgehört, ja. Ja. Und dann plötzlich, ich war mit meinem Bruder im Kino gewesen, da haben wir den Film gesehen, ja, der Kommandeur mit Kriegerobjekten, war so ein Kriegsfilm, ne. Und das war zur Nachtverstellung um halb elf. Und plötzlich kam ich auf eine Idee. Ich sage, Gerhard, komm, wir müssen nach Hause, ich habe eine Idee, ne. Und dann haben wir zu Hause einen Tonbandstreifen zerschnitten, ne. Und dann, den haben wir eingesetzt. Und dann hing es fantastisch, ne. Wie lange ging es gut? Es ging zweieinhalb Jahre, ging es gut. Wie viel Geld habt ihr in diesen zweieinhalb Jahren verpasst? Also verpasst haben wir, also wir haben nicht viel verpasst, wir haben nur Notdurftes gekauft, was wir so brauchten. Also keine großen Häuser gekauft, oder? Nein, nein, du mein Gott, das will nicht. Wir haben alle schöne Horde praktisch, ne. Es war auch so gewesen, wir konnten das Geld ja nicht hier in Berlin umsetzen. Damals war ja noch die Mauer. Ich bin jeden Morgen bin ich mit der ersten Maschine hier mit dem Flugzeug rübergeflohen, nach Köln, nach München, nach Düsseldorf, nach Stuttgart, nach Hamburg. Und haben die Scheine, damals hieß ich ja, in Westdeutschland, haben wir dort umgesetzt. Was heißt umgesetzt? Umgetauscht? Auf Banken? Ja, ich bin, nein, ich bin mit 30.000 Mark rübergeflogen, ne. Und bin dann in Tabakwarengeschäfte gegangen. Also zum Beispiel bei euch in Köln in eine hohe Straße, ne. Oder in die Schildergasse, in so kleinere Tabak, oder am Neumarkt in kleinere Tabakgeschäfte. Und haben uns da eine Büchse hier retten geholt. Da waren damals, es gab es noch in Büchsen, da waren 50 Stück drin. Und die hatten 15 Mark gekostet. Und dann hatten wir 35 Mark zurückbekommen. Mhm. Ne. Und dann bin ich, wir hatten natürlich, jeden Tag hatten wir, dann bin ich in Hohigstraße gegangen, da war Wulbert gewesen. Mhm. Und bin bei Wulbert gegangen und hab dann Koffer gekauft. Mhm. Und habe dann die ganzen Zigaretten in den Koffer rein. Aber für 30.000 Mark musst du irrsinnig viele Zigaretten kaufen, ne. Ja, es war, es war ein Unhalt, also der Tag der, der, also es war anstrengend. Ein anstrengender Tag. Was hast du denn mit den vielen Zigaretten gemacht? Die hab ich alle im Rhein versenkt, ne. Ach. Also nicht bloß im Rhein, im Neckau, im Weser, überall, jede Stadt. Also es kam euch auf die 35 Mark an, ne. Ja, es kam uns auf die 35 Mark an. Naja, und dann war es so gewesen, äh, wo wir aufgeflogen waren, das ist das eben, worum ich nicht fertig werde. Und zwar war das so gewesen, ich bin ja morgens immer rübergeflogen. Mhm. Und an den Abend, wo wir wieder fliegen wollten, bekam ich abends Angina. Ich hatte 40 Fieber, ne. Und wir hatten in unserer, in unserer Sache hatten wir schon unseren Jugendfreund, den hatten wir schon mit eingeweiht gehabt. Mhm. Dass der manchmal, äh, auch mal rüberfliegen sollte, rumtauschen. Er war auch mit einverstanden. Er hat bei uns mit auf derselben Etage gewohnt, ne. Mhm. Naja, und der Helmut, Helmut Siebert hieß der Mann, und der Helmut, der hatte dann, wir hatten das so abgesprochen, dass er nächsten Tag fliegen sollte nach Stuttgart. Ja. Und wir hatten ihm die 30.000 Mark wieder in den Koffer gegeben, also so einen Diplomatenkoffer, ne. Und haben sie ihm gesagt, ja, also Helmut, pass auf, wenn du das Geld nicht umgesetzt kriegst, bring kein falsches Geld wieder nach Westgerlin zurück. Mhm. Und das hat er uns versprochen gehabt, ne. Ja. Und jetzt war es so gewesen, er ist früh geflogen, wir haben, wir haben, er hat von Stuttgart was angerufen, dass alles gut geht. Und er war auf dem Rückflug von Stuttgart nach Berlin. Mhm. Und am Ticketschalter, da ist immer so eine Ablage, da kann man so Taschen abstellen und so, ne. Mhm. Und er stellt die Tasche dorthin, geht nur um der Ecke, wollte sich eine Schachtelziaretten aus dem Automaten ziehen, ne. Mhm. Und da kommt die, die Stewardess, die hieß Jutta Schmidt, die kam dort an und sieht die Tasche dort stehen, nimmt die Tasche und geht Richtung Fundbüro. Mhm. Und er rennt hinterher, reißt die Frau die Tasche aus der Hand und sie hat den Schein auf der Erde. Ach. Das ist ja wirklich wie ein Krimi. Das ist wie ein Krimi, ja. Deswegen, so ist die Sache dann aufgeflogen. Ja, und dann haben sie ihn natürlich verhaftet, ne. Ja. Und ja, und dann fing es ja ruckzuck, ne. Wie viele Leute waren eigentlich jetzt insgesamt daran beteiligt? Also ich war übrigens mein Bruder und der Helmut, ne. Und der Helmut. Ja. Zu wie viel seid ihr verurteilt worden? Also ich bin zu viereinhalb Jahren verurteilt worden und mein Bruder zu vier Jahren. Viereinhalb Jahre. Ja. Und mein Bruder, mein Bruder ist in Haftverstorben, ne. Mhm. Mhm. Ja. Nun liegt das 30 Jahre zurück, sagst du. Bist du danach, Achim, bist du danach sauber geblieben? Bitte? Bist du danach sauber geblieben? Ja, sauber geblieben. Ja, ja, natürlich. Ne, Bruder, mein Bruder, bei mir war es so gewesen, äh, ich bin dann umgeschlagen, ich bin alkoholkrank geworden. Mhm. Ich kam aus dem Gefängnis raus, ich hatte keine Bleibe mehr gehabt und mir hat das damals in Köln so gut gefallen gehabt und bin von Berlin, weil sie mich ja hier kannten, bin ich nach Köln gezogen. Mhm. Was heißt nur gezogen? Ich bin einfach hingefahren und bin in Köln so abgerutscht. Also durch meinen Alkoholismus, ne. Ich hab da rumgebearbeitet und alles und habe mich und bin dann in der Arnolstraße, da ist so ein Johannishaus, so ein Heim. Ja. Und dort haben sie mich untergebracht, naja, und dann hat der Sozialarbeiter, der wusste auch von mir, ne. Und die haben mir dann so ein bisschen hochgebäppelt und haben mich nach Düren zwischen Köln und Aachen in die Klinik gebracht. Achim, jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung, 30 Jahre ist eine lange Zeit. Ja. Dir geht's heute gut wieder? Ja, also ich, naja, gut, seh dich eben, die Verarbeitung ist noch nicht, ne. Wie denkst du denn heute über diese Tat, obwohl sie 30 Jahre zurücklegt? Wie bewertest du diese Tat? Ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich denke sehr gut dran und denke auch wieder negativ drüber. Bereust du das? Also ich bereue ich das nicht. Ja, also. Also mir kommt, mir kommt heute noch so ein bisschen Lachen rüber. Es klingt natürlich auch wirklich wie so ein, wie so ein Krimi aus den 50er Jahren. Ja, ich meine, heute ist es ja einfacher mit den Kopierräten, ne. Ja, wir wollen jetzt keine Tipps geben, wie man das macht. Aber ich frage dich gerade deshalb, wenn man einmal da so viel Energie reingepumpt hat und auch so ein Talent gehabt hat dafür, war denn die Verlockung nicht doch groß danach, nochmal irgendein Ding zu drehen? Ich habe in Haft auch von den Chefsleuten schon Angebote gekriegt. Die haben ja damals, die Maschine, die haben sie ja alle beschlagnahmt. Und die ganzen Sachen, die bei der Verhaftung waren, die sind bei uns hier in Berlin am Flughafen Tempelhof, da ist so ein Polizeipräsidium, da ist so ein historisches Museum und da ist alles ausgestellt. Da ist das ausgestellt. Ja, und ich gehe öfters hin, ne. Wie verdienst du denn heute dein Geld? Na, arbeitslos. Du bist arbeitslos. Na ja, durch meine Alkoholkrankheit. Das ist so dumm, ja, ich bin jetzt vier Jahre erst trocken. Also das ist noch gar nicht so lange. Nein. Ich habe gerade schon gemerkt, dass dir die Alkoholkrankheit und gewisse Dinge auch noch aus der Vergangenheit ganz schön zu schaffen machen. Ja. Und ich glaube, dass ich dir jetzt hier in den drei Minuten, denen wir vielleicht noch reden könnten, dir gar nicht groß helfen kann. Ich finde es interessant, dass du angerufen hast, denn das war eine interessante Geschichte, die du erzählt hast. Ich würde dir gerne anbieten, dass du mit Elke, mit Elke Dunaisky, meiner Psychologin, jetzt noch ein bisschen redest. Wäre das ein Angebot? Ja, das wäre ein Angebot. Ja. Dann geh mal darauf ein. Ja. Ich wünsche dir alles Gute und sei froh, dass du von dem Alkoholk bist. Ja. Ich bin Vater geworden vor vier Jahren. Na wunderbar. Das ist mein Alter, ne. Und habe gesagt, bei der Geburt, jetzt ist Schluss, ne. Das ist ein richtiger Grundsatz. Das ist ein richtiger Grundsatz. Wunderbar. Auf das was du trocken bleibst, bin ich ganz sicher. Ja. Und du wirst gleich von uns nochmal angerufen. Gut. Alles Gute. Ich bedanke mich, Domian. Tschüss. Tschüss. Eine schöne Sendung noch. Tschüss. Danke. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich 61 Jahre alt. Das kann nur Gertrud sein. Hallo. Hi. Hallo, Domian. Ich grüße dich aus Bayern, Gertrud. Ja. Domian, ich sehe deine Sendung vom ersten Tag an. Es werden jetzt fast drei Jahre, ne. Wir haben bald das Jubiläum, ja. Und du bist immer höflich, freundlich, einfühlsam. Aber mir brennt jetzt irgendwas auch auf den Nägeln. Na, jetzt aber. Aber jetzt. Ich habe ein Feeling und du musst mir ehrliche Antwort geben. Ich gebe dir eine absolut ehrliche Antwort. Ehrliche Antwort. Hand drauf, ja. Ich habe das Gefühl, du bist so circa vier, fünf, sechs Wochen neu verliebt. Warum glaubst du das? Jürgen, ich fühle das. Du fühlst das? Jürgen, da hast du eine neue Beziehung, mit der du sehr glücklich bist. Ja. Vielleicht auch lässt durch diese Beziehung deine Haare wachsen. Das ist dir auch aufgefallen. Ist mir auch aufgefallen. Ja. Es ist nicht mehr so sehr kurz wie früher. Und für mich hat sich bei dir, ich sage ja, du bist immer freundlich und höflich, aber du bist die letzte Zeit so locker. Ja. Da muss irgendwas geschehen sein. Also, es ist ja interessant, dass das zu spüren ist. Ja, wenn man dich vom ersten Tag an sieht. Bis nach Bayern spürt man das. Ja, bis nach Bayern. Das ist zufällig einmal die bayerische Hirschkuh, die dir schon mal getrieben hat. Ah, ja, ja, jetzt rattert das, ja. Rattert das. Also, ich habe dir gesagt, ich gebe dir eine ehrliche Antwort. Ja. Es ist so. Es stimmt. Das fühle ich doch schon länger. Ja. Jürgen, das kennt man an deinem Blick. Du bist so locker. Aber du bist halt auch eine erfahrene Frau. Ja, nein. Die ein Gespür für Männer hat, ne? Ja, Jürgen, also, das Wochen habe ich, ich habe schon öfter versucht durchzukommen, aber für mich, das war der Feeling, der Jürgen, der muss irgendeine neue Beziehung haben. Der ist frisch verliebt. Der lässt die Haare länger wachsen. Vielleicht will die neue Beziehung das. Und du gehst so locker in dein Studio. Das ist schon immer gegangen, aber das ist noch locker. Wobei, mit den Haaren, das ist eine Entscheidung von mir, die ein bisschen länger zu lassen und nicht so ganz extrem kurz zu schneiden. Weil ich glaube, es ist besser so, ne? Das andere ist vielleicht ein bisschen zu hart. Du hast da so tolle schwarze Haare. Vielleicht sind die Schläfen ein bisschen angegraut. Die sind schon ein bisschen angegraut. Ja, da wird der Mann erst interessant. Ja, das ist schön zu hören. Liebe Gartut. Noch eine Frage. Ja. Wer ist denn die hübsche Frau, die dich bei deinem Vorspann am Wagen immer verabschiedet? Gartut, das ist eine Zufallsbekanntschaft gewesen, als wir diesen Vorspann gedreht haben. Ich habe diese Frau leider nie wieder gesehen. Nicht? Nein, die stand zufällig da auf der Straße, als wir gedreht haben. Und wir haben sie gefragt, ob sie Lust hat mitzumachen. Da hat sie gesagt, ja, ich habe sie nie wieder gesehen. Wenn sie diese Sendung zufälligerweise heute Abend sehen sollte, ich würde mich sehr freuen, wenn sie sich mal melden würde. Würde sie gerne mal hierher einladen. Also, Jürgen, ich wünsche dir auf jeden Fall eine dauerhafte und weiter so glückliche Beziehung, die du jetzt hast. Ich danke dir von ganzem Herzen. Du warst die Hirschkuh. Und ich hoffe, dass du mir treu bleibst. Ja. Und dass wir noch viele Nachtstunden miteinander verbringen. Ich sage dir, ich habe jede Sendung gesehen. Ich war mittlerweile bei einer Hüftoperation. Ja. Du, da hat das nicht funktioniert. Da habe ich den Hausmeister gebeten. Ich habe mir eine Schüssel gekauft. Die habe mir der auf dem Balkon montiert, damit ich nachts deine Sendung sehen konnte. Ich bin gerührt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das war in Bad Wisse, da war ich dann zur Reha. Ja. Und da gab es erstes, zweites, drittes Programm, aber Jürgen konnte ich nicht sehen. Du, mein erster Weg, der war, ins Geschäft und eine Schüssel kaufen, die habe ich heute auf meiner Hütte. Ich hoffe, dass es dir gut geht wieder und du fit bist. Sehr, sehr gut. Das ist schön. Ich bin nach drei Wochen wieder raten. Na, klasse. Gertl, alles Gute. Dir auch, Jürgen. Und toi, toi, die Beziehung muss halten. Du hast nämlich lange gewartet, nehme ich an, bis die Beziehung gekommen ist. Ich danke dir vielmals für den netten Anruf. Alles klar. Alles Gute. Ich mag es gut. Schöne Grüße nach Bayern. Ja, ich danke dir. Tschüss. 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 Ja, bei mir ist es eigentlich noch viel schöner, auf einen Schlag drei Kinder zu kriegen. Ich bin schwul. Ich habe einen ganz tollen Mann, der drei Kinder mitgebracht hat. In unseren Anführungsstrichen kleine, schöne Ehe. Und es ist also ein Traum. Die Kinder sagen sogar zu mir Mama Harry. Die sagen Mama Harry zu dir? Ja. Willst du das? Ja. Mama Harry. Das kam von denen aus. Und das war auch, die waren, also das war so gewesen, ich habe meinen Mann kennengelernt. Und er hat dann irgendwie gleich gesagt, ihr hör zu, ich habe drei Kinder und so. Für mich war das kein Problem, weil ich früher eine Beziehung hatte mit einem Mann, der ein Kind hatte. Ja. Und schon drei Wochen später habe ich die Kinder kennengelernt. Und er hatte sie vorher so einzeln darauf vorbereitet. Erst die ganz Kleine, also die drei Mädchen. Wie alt sind die denn? Zwölf, neun und fünf. Mhm. Und die ganz Kleine, ii, ein Mann. Naja, und dann sind die erst mal so gekommen, waren erst mal bei mir zu Hause, am Wochenende verbrachten. Das war ganz toll, ja. Und heute hat sich das so entwickelt, also wir werden jetzt demnächst fast zusammenziehen, kann man sagen. Also das kann man eigentlich mit Worten gar nicht beschreiben, das ist ein ganz tolles Glücksgefühl. Wie lange bist du denn jetzt mit deinem Freund zusammen überhaupt schon? Jetzt ein gutes halbes Jahr. Ein gutes halbes Jahr. Mhm. Und das kann dann sich so entwickeln, dass ihr so eine richtige Familie werdet demnächst. Halt auch dann räumlich, wie du gerade gesagt hast. Ja. Das war zum Beispiel so gewesen, dass der Michael ganz cool gemeint hat zu den Kindern, sieht es aus, wenn ich einen Harry heiraten würde. Am Anfang nein. Aber jetzt bekamen die von selbst. Und das war das Kuriose, deswegen rufe ich an. Gestern kam die Große und hat gemeint, naja, wenn du den Papa heiraten willst, Hauptsache ihr seid glücklich, dann ist das schon okay. Also es war überhaupt nicht schwierig, den Kindern begreifigt zu machen, was Schulsein bedeutet. Nee, ganz im Gegenteil. Das hat der Michael vorher schon gemacht, oder? Nee, die haben das, die sind sehr offen auch erzogen. Sogar die Mittlere, die hat sich sogar in der Schule geprügelt. Also wir waren mal auf Shoppingtour, da habe ich dann ein bisschen eingekauft und so, und dann ist es den nächsten Tag in die Schule. Und dann, ja, wo hast du denn die Klamotten her von meiner Mama Harry? Und das konnten natürlich die Mitschüler nicht verstehen. Das ist ein bisschen schwierig. Da gab es so ein bisschen Schlägerei und Prügelrei. Aber ernsthaft, die musste sogar in die Klinik ärztlich versorgt werden und alles. Und hat uns aber verteidigt total, ja. Denn das wäre natürlich ein Stichwort auch gewesen für mich, Schule. Wären die Kiddies nicht gehänselt, aber die setzen sich durch. Ja, ja, die setzen sich durch. Und das ist ein tolles Gefühl. Glaub ich, war das denn für dich bisher, hattest du immer Kinderwünsche bisher auch? Ich bin in einer riesengroßen Familie groß geworden mit sieben Kindern. Also für mich persönlich waren Kinder, ich habe immer schon das Gefühl gehabt, ich könnte eigentlich eigene Kinder haben, bloß es geht halt nicht. Ist ein bisschen schwer. Und dann kam halt praktisch der, ich weiß nicht, der liebe Gott hat es vielleicht gut gemeint mit mir, ja. Und dann kam es halt so. Also eine himmlische Fügung. Einen tollen Mann, drei tolle Kinder, groß verliebt. Ja. Eine Frage hätte ich dazu noch, vielleicht kannst du mir da helfen. Ja. Jetzt die Sache mit der Heirat, das ist jetzt eine ernsthafte Geschichte. Gut, Deutschland ist halt eine Katastrophe, sage ich mal. Aber wie kann ich denn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt in Holland oder in Dänemark bin, wie kann ich mich dann dahin wenden, wenn ich jetzt sagen will, ich will jetzt heiraten, auch wenn es jetzt in Deutschland keine Bedeutung hat. Oder wo kann ich mich dahin wenden, weißt du da was? Würde ich mich, also ich weiß es nicht spontan, würde ich mich an, in welcher Gegend wohnst du? Ich bin in Hessen, Frankfurt. Ja, Frankfurt. In Frankfurt gibt es sicher diverse schwule Gruppen, Gruppierungen, schwules Netzwerk oder wie es alles heißt. Rosa Telefon, ich weiß nicht, musst du mal gucken, dass du dich da an die entsprechenden Leute mal wendest. Und die wissen das mit hundertprozentiger Sicherheit. Es gibt sicher auch so ein Schwulen- und Lesbenzentrum in Dortmund, gibt es hier in Köln auch, gibt es in allen größeren Städten. Und ein Anruf da und ich glaube, dass du dann fündig wirst. Vielleicht meldet sich sogar im Laufe der Sendung bei uns noch jemand, dann geben wir es gerne weiter an dich. Ja, und eine internes habe ich noch, eine internes, ihr hattet mal vor paar Wochen, war mal einer gewesen, junger Mann, der war im Knast und ist nicht mehr zurückgegangen. Und du hattest dann irgendwie versucht mit der Psychologin zu vermitteln, dass der nachts noch zurückgeht oder nächstes Jahr. Ist passiert, Gott sei Dank. Hat geklappt? Hat geklappt, ja. Gut, das wollte ich nur wissen, weil das war so ein Punkt. Ja. Also, ich wünsche dir von Herzen, dass du und dass ihr lange glücklich leben werdet miteinander. Dir auch, von Herzen, Herzen. Tschüss Harald. Alles klar, danke, tschüss. Äh, Wolfgang. Hallo Wolfgang. Tagchen. Wie alt bist du, darf ich fragen? Ja, äh, naja, 63. Naja, 63. 62. Ja, warum zögerst du, das ist doch okay. Naja, finde ich gar nicht so okay, aber nichtsdestot. Also, ich wollte an sich nur eine Lösung kundtun, die aber vermutlich sowieso nicht richtig ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen gemogelt. Goldfisch-Sex. Äh, habe mir den Sex im Volksmund, ein Lexikon von Ernst Bornemann, der dir sicher auch im Begriff sein wird, nachgeschlagen. Und da fand ich so eine ähnliche Bedeutung, wie Goldfisch, äh, jüngerer Mann, zumeist Student, etwas mittellos, lässt sich von wohlhabender älterer Dame aushalten. Falsch! Ist falsch, ja. Herr Bornemann hat da nicht richtig recherchiert, glaube ich. Ah, ja. Ich verstehe auch nicht, warum das dann Goldfisch heißen sollte. Ja, keine Ahnung. Wenn der junge Mann sich da ausnutzt. Wer ist der Goldfisch, der junge Mann oder die ältere Dame? Ja, es wurde auch nicht näher definiert. In diesem Fall soll wohl sein, äh, der Goldfisch die ältere Dame. Ach so. Der so vermögend ist. Ah ja, genau, ja. Und, äh, dabei soll es sich wohl laut, laut Definition von Bornemann darum handeln, zumeist Studenten, jüngere, mittellose Studenten. Äh, die eben dann versuchen, da ihr, ihr Geld ein bisschen aufzuwässern. Ich bin ja fast sicher, dass du, du bist ein erfahrener Mann, dass du das vielleicht sogar schon mal gemacht hast. Goldfischsex. Nun kann ich natürlich nicht verraten, was es ist. Du bleibst dran bis zwei Uhr. Ja, ich bleib dran. Und gegen Ende der Sendung werde ich es erzählen, was es ist. Ja, okay. Ist auf jeden Fall interessant und wer es noch nicht gemacht haben sollte, dem könnte ich es empfehlen. Na, alles klar. Wolfgang, danke für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Jetzt ist der Gerd dran. Der Gerd ist 21. Guten Morgen, Gerd. Hier ist der Gerd aus Balingen. Aus Balingen. Balingen, am Schwörbeländl. Ich höre es schon an der Stelle. Ja, kannst du schon auf sein? Wie? Kannst du schon auf sein? Ob ich auf sein kann? Ja. Was heißt das? Ob du schon fit bist, ausgeschlafen. Ja, jetzt ist ja meine Primetime so geradezu. Ja, ich muss auch gleich anfangen zu arbeiten. Was musst du denn arbeiten? Ich bin Zeitungskurier. Zeitungskurier? Ja. Die Leute müssen ganz früh aufstehen. Die sehe ich manchmal nachts und nicht nach Hause fahren. Das stimmt, aber ich bleibe auf meistens. Wann fängt denn deine Dienstzeit an? Die fängt um zwei Uhr morgens an, also in einer halben Stunde kann man sagen. Und welche Zeitung kurierst du? Das sind zwei verschiedene größere Zeitungen im... Kennen wir die? Ja. Sag sie uns. Schwarzwälder Boote. Ach, wir machen Werbung für den Schwarzwälder Booten. Eine super Zeitung. Und die Hohenzollerische Zeitung. Die ist noch viel besser, die Hohenzollerische Zeitung. Ja, die läuft aber nicht so gut. Nee, aber mein Thema ist was anderes. Ich möchte mit dir gern übers Wetter reden. Übers Wetter? Übers Wetter, ja. Ich rede unheimlich gern über das Wetter und wir alle reden gern über das Wetter. Ja. Mich interessieren hauptsächlich Cumuluswolken. Was ist das dann? Das sind Gewitterwolken. Aha. Also sobald... Diese ganz großen, dunklen Wolken. Genau, die werden zwischen fünf und zehn Kilometer hoch, habe ich mal gehört. Warum interessieren die dich, die Wolken, finde ich, so sehr? Ja, mich interessiert hauptsächlich das Wetter. Ich schaue mir jeden Tag zwei, drei Mal das Wetter an, also auf Videotext oder auf so einem Fernseher. Hast du auch Wetterkanal geguckt, als es ihn noch gab? Ja, den habe ich geschaut, aber den gibt es leider schon seit einem halben Jahr. Dann wird der an vier nicht mehr ausgesendet. Der ist auch, glaube ich, pleite im Moment. Der ist leider pleite gegangen, ja. Den habe ich auch jeden Tag angezeigt. Sag mal, Gerd, was führt denn einen so jungen Menschen wie dich dazu, sich so extrem für das Wetter zu interessieren? Ja, das hat mich von Kind auf immer interessiert. Also vor allem die Blitze, wie gesagt, bei dem Gewitter. Sobald Gewitter angekündigt sind im Fernseheradio, dann stehe ich schon am Fenster, sobald das erste Donnern her in der Sonne, dann bin ich am Fenster und bis es... Also das ist einfach so, das gefällt dir einfach gut. Das ist einfach. Hast du denn auch dir so meteorologisches Wissen angeeignet oder geht es dir einfach nur so um das Angucken? Nein, es ist hauptsächlich das Angucken und wie das Gewitter vorbeizieht. Im letzten Sommer, da habe ich eine Geschichte zu erzählen, da bin ich mit meinem Motorroller ein bisschen rausgefahren. Da habe ich gesehen, da ist ein Gewitter im Anzug, habe aber gedacht, das Gewitter, das zieht locker vorbei, ja, da könnte man mal ein bisschen hinterherfahren. Und wo ich dann so zwei Kilometer von meinem Heimatort entfernt war, dann habe ich gesehen, dass das Gewitter immer näher kommt. Da habe ich mich verkalkuliert und musste dann ganz schnell unter so eine Autobrücke unterstellen. Und da tobt dann das Gewitter über mir. Du warst live dabei, mittendrin? Ich war live dabei, die Blitze schlugen links und rechts an mir vorbei ein, also das war Highlight. Du bist aber schon ein bisschen ein komischer Kauz, ne? Ja, aber... Aber ist okay, ist schon sympathisch, ja. Hast du eine Freundin? Ne, habe ich nicht. Weil das wäre vielleicht manchmal schwierig, wenn du immer unbedingt ins Gewitter willst mit der Freundin. Ne, ich begegne ja durch meine Tätigkeit, begegne ich ja tagtäglich dem Wetter, bin praktisch ausgesetzt. In der Nacht, ja. Nacht jetzt im Sommer. Wäre das denn nicht für dich ein Job gewesen, irgendwie bei einem Wetteramt zu arbeiten oder was zu lernen? Ja, da reicht Ausbildung nicht. Da reicht die Ausbildung nicht. Ist das dein Hauptjob, die Zeichnungsgeschichte? Das ist hauptsächlich, ja. Ich habe noch mehrere kleinere Beschäftigungen. Das summiert sich. Also Lieblingswetter, höre ich jetzt aus dem, was du gesagt hast, sind Gewitterwolken und Gewitter überhaupt. Gewitterwolken im Sommer und im Winter, Schneestürme. Schneestürme, ja, Schneestürme liebe ich auch. Ja, das ist einfach... Finde ich ganz wild romantisch. Da kann ich stundenlang am Fenstersitz oder vor dem Balkon... Aber bei euch, Schneestürme ist ja auch öfter. Hier in Köln ist das ja schrecklich. Hier gibt es ja fast nie Schnee. Ja, wir liegen so zwischen Schwarzwald und Schwäbisch. Wunderbar. So ein bisschen in der Tallage, also nicht ganz auf der... Ja, aber ich beneide dich sehr um... 500 Meter Seehöhe. ...um deine geografische Lage da. Ja. Wir haben über das Wetter geredet. Ja. Jetzt musst du gleich arbeiten gehen. Ja, jetzt geht gleich die Schiene. Wann schläfst du denn dann eigentlich, Gerd? Ich schlafe auch so zwischen 5 und 6 Uhr morgens, komme ich auch ins Bett. Auch so wie du, kann das sein? Können wir uns ja die Hand geben, genau. Können wir uns die Hand geben. Und stehe so um 2 Uhr, 1, 2 Uhr Mittags. Ja, da können wir uns wirklich fast die Hand geben. Ja. Wir sollten da ein Team vielleicht aufmachen. Ja. Ein Schlafteam oder so. Das wäre es. Lieber Gerd, alles Gute. Darf ich noch kurz Franschi und Wolfi grüßen? Nee, darfst du nicht. Jetzt ist es passiert. Jetzt ist es passiert. Okay. Tschüss, Gerd. Ciao. 1 Uhr 32, 27 Sekunden. Jetzt machen wir Pause. Abschuldigung. Ganzes Bier. Ich bin jetzt ein Blatt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Charge. Ich bin jetzt mal. even wenn es skydets wie bei der Hinun mehr ist. Aber es ist eine pepperschsteam oder so? Wie geht es mit einem Treppe? Das ist ein paar Mal. Und dann wird durch die Hände. Und dann wird das ja auch noch gewartet. Verst du nicht sehr gut. Die Hände. Ich bin jetzt mal. Die Hände. 1.33 Uhr, 24 Sekunden. Hier ist 1Live Domjan aus Köln von Radio 1Live und dem WDR Fernsehen. Ganz offene Sendung heute. Ihr könnt zu allem anrufen, über das ihr gerne reden wollt. Und ich möchte euch schon mal sagen, was wir morgen machen. Morgen heißt unser wunderbares Thema Schlampen. Ich hoffe, dass sich alle Schlampen angesprochen fühlen morgen und sich die Finger heiß wählen werden. Ich will morgen mit Schlampen sprechen. Und ich will morgen mit Leuten sprechen, die Schlampen in ihrer Umgebung haben. Heute und auch morgen natürlich könnt ihr uns erreichen unter 0130 29 11 über Telefon und per Fax unter 0130 11 51 22. Und wir haben ja auch eine E-Mail-Adresse. Und mailen könnt ihr uns auch aus dem Ausland, aus der ganzen weiten Welt. Und zwar unter 1Live und 1Live bitte zusammenschreiben. at wdr.de 1Live at wdr.de Roman 21 Hallo. Hi. Na? Na? Ja, ich wollte ein bisschen was loswerden. Na? Ja, zum Thema Goldfischsex. Weißt du es denn? Na, ich glaube nicht, dass ich es weiß. Also so vermessen möchte ich nicht sein. Hast du es denn schon mal gemacht? Nein, um Himmels Willen. Was heißt um Himmels Willen? Na, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, so in meinen schlauen Büchern. Solche Bücher hast du? Also du, schlimmer Finger. Nö, es sind ganz normale Lexika. Aha. Ja. Und da habe ich einfach nachgeguckt unter Goldfisch. Ja? Ja, und ich habe auch selber Goldfische zu Hause. Ja. Das ist ein bisschen problematisch, weil ich habe eine kleine Katze. Ja. Und die sind natürlich immer ordentlich am Kabbeln mit den Goldfischern. Ja. Die Katze ist natürlich immer ordentlich am Kabbeln mit den Goldfischern. Also es gibt keine enge Freundschaft zwischen den Goldfischen und der Katze. Och, es geht eigentlich. Also beide respektieren sich eigentlich. Ja. Der Goldfisch kann nicht raus und die Katze kann nicht rein, so nach dem Motto. Nein, Goldfischsex. Also ich habe Goldfische, so bestimmte Zierformen sind das. Also ich habe da auch mal nachgeguckt, ich habe auch so einen kleinen, naja, wie soll ich sagen, Privier, weiß ich nicht, keine Ahnung. Privier? Was ist das Schickes? Ja, kleiner Nachweis, so was das für ein Fisch wirklich ist. Achso, naja. So. Und deswegen weiß ich, dass es ein Goldfisch ist, der zu der Form der Schleierschwänze gehört. Ja. Hm, man höre und staune. Ja. Und diese Schleierschwänze haben abnorme Schwanzformen, sprich Doppelschwänze. Nein. Ja. Das ist ja ganz spannend. Ja, ganz spannend. Und Doppel, äh, Quatsch, Doppelfische. Doppelschwänze. Doppelschwänze, ja. Wie beneidenswert. Ja, und Goldfischsex. Wäre ich doch ein Goldfisch. Ja, stimmt. Ja. Nein. Und da habe ich einfach mal gedacht, so Goldfischsex, wenn ich so an meinen kleinen Schleierschwanz denke. Ja. Mit seiner abnormen Doppelschwanz. Ja. Goldfischsex könnte ja wohl sein Sex mit zwei Schwänzen, sprich zwei Herren, eine Dame oder zwei Herren oder so. Achso. Ja, also diese Interpretation liegt nahe nach dem, was du da gelesen hast. Ja, eben. Finde ich sehr schön mitgedacht von dir. Ja. Wunderbar weitergesponnen. Stimmt auch nicht so ganz. Stimmt nicht so ganz. Nee. Oh, das ist aber schade. Aber man könnte das anbieten. Man könnte das anbieten. Ja. Das hat ja sogar schon einen zoologischen Hintergrund, von dem, was du gerade gesagt hast. Da steckt der Fachmann dahinter. Da steckt der Fachmann dahinter. Ein Doppelschwanz. Ja. Also das ist es nicht. Du bleibst auch dran und ich werde es gleich verraten. Alles klar. Tschüss. Danke. Tschüss Roman. Gabi, 43. Ja, Romian, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Dein Thema. Ja, mein Thema Goldfischsex. Ach, da habe ich ja wieder was angerichtet hier. Ich habe auch mal in mein Bockhaus geguckt. Da steht aber auch nichts Besonderes drin. Ach, heute haben wir euch wirklich richtig in Schwierigkeiten gebracht. Letztens bei Missionarstellung und so kamen da schon eher interessante Angebote. Ja, habe ich schon mitgekriegt. Ich hatte das ja am Freitag gehört und dann hatte ich schon eben zu deinem Kollegen gesagt, ich habe 30 Leute am Wochenende gefragt. Ihr hattet das ganze Wochenende Zeit, das rauszukriegen. Und bisher ist da noch nicht so richtig Dolles gekommen. Nein, 30 Leute gefragt. Keiner wusste was damit anzufangen. Selbst meine Söhne, die eigentlich in einem Alter sind, wo sie es schon mal so wissen sollten. Wie alt sind die denn? Die sind 16 und 22. Ja, da weiß man eigentlich alles, was mit Sex zu tun hat. Habe ich angenommen, weil meine Kinder auch sehr viel rumkommen. Das sind Musiker. Und Musiker wissen ja immer eigentlich angeblich sehr viel. Unglaublich viel. Das sind so schlaue Menschen. Ja, das ist richtig, ja. Und in meinem Bockhaus steht auch nur Zierfisch in China aus der Karausche gezüchtet. Gold, rot, oft, gefleckt, braun, silber, weiß. Und das war es auch schon. Also da war ich auch nicht schlauer raus. Ja. Da habe ich gedacht, Goldfischsex vielleicht unter Wasser. Unterwasserssex. Dann könnte es ja eigentlich Fischsex heißen. Dann müsste es ja nicht Goldfisch heißen. Ja, das ist richtig. Aber Goldfisch hat man ja öfter mal so in der Wohnung. Und vielleicht, wenn man da so ein bisschen verträumt drauf guckt, dann kriegt man irgendwelche Ideen dabei. Obwohl mit dem Unterwasser ist auch eine interessante Überlegung. Hast du schon mal Sex unter Wasser gehabt? Nee, leider nicht. Wäre ja mal eine Idee, ne? Wäre mal eine Idee, wenn man eine Badewanne hätte. Wie hast du keine Badewanne zu Hause? Nein, ich habe eine wunderschöne Dusche, die mir reicht. Das geht ja vielleicht unter der Dusche auch. Nee, da geht das nicht. Man muss in der Schwerelosigkeit das machen. Ja, genau. Ja, daran habe ich nämlich auch gedacht. Schwerelosigkeit unter Wasser. Ja, auch eine interessante Denkrichtung, ein Anschluss. Aber es ist auch nicht genau richtig. Wir werden das gleich auflösen. Alles klar. Liebe Gabi, Gruß an die Söhne. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ich bin mal gespannt, ob ihr das noch auskriegt. Ines, 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 32. Ja. Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Macht nichts. Okay. Mein Problem ist, ich bin 32 Jahre alt. Ja. Und habe aber einen künstlichen Darmastgang. Ja. Seit zwei Jahren. Wie kam es dazu, Ines? Ich hatte eine schwere Krankheit, eine Darmkrankheit. Und da müsste mir der Darm entfernt werden. Was für eine Darmkrankheit war das? Die Colitis ulcerosa, das ist eine entzündliche Darmerkrankung. Und bei der Operation ist noch ein bisschen was schiefgegangen. Dass halt ich mich noch mit katheteren muss. Und das ist schon ein ganz schönes Problem. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was ist da schiefgegangen bei der Operation? Dass ich mich jetzt noch zusätzlich katheteren muss. Katheteren muss. Ja. Also das heißt, die Blase funktioniert auch nicht so, wie sie funktionieren sollte. Nein. Du hast dann auch in der Blase, also zum Ausscheiden des Urins, auch immer so ein Beutelchen. Nee, das geht so. Ach, das geht dann so, du führst den Katheter ein und dann kommt es raus. Ja, genau. Ja, mein Problem ist, dass ich da immer ein bisschen Probleme habe mit einer längeren Beziehung. Das halt bei sexuellen, ich meine, kommt ja dann mit dazu, dass das viele Männer abschreckt. Und da wollte ich dich mal fragen, ob du mir einen guten Rat geben kannst. Ich meine, es steht mir ja an der Stirn geschrieben, aber es sieht halt ja auch nicht gerade sehr ästhetisch aus. Wo hast du den Darmausgang? An der Hüfte oben? Am Bauch. Am Bauch. Ja. Vorne am Nähe des Bauchnabels. Ja. Du sagtest, da geht es um eine langjährige Beziehung. Ja, ich hatte eine langjährige Beziehung und die ist dadurch halt mit in die Brüche gegangen. Ach so, das war also ein Freund, den du vorher hattest und nach der Operation hat er dich deshalb dann sitzen lassen. Naja, auch mit, ja. Weil ich halt doch ein bisschen kränklicher veranlagt bin. War das nicht sehr traurig für dich und sehr schmerzig, dass dich wegen der Krankheit dann der Mann hat alleine gelassen? Ja, auch mit, ja. Hast du denn seitdem schon dich nochmal verliebt, seitdem du den künstlichen Darmausgang hast? Ja, doch. Und gab es da auch sexuelle Kontakte? Ja, aber die sind halt nicht von so langer Dauer. Jetzt beschreib mir doch mal überhaupt, wie das dann funktioniert. Also hast du immer diesen Auffangbehälter am Bauch? Ja. Oder kannst du den auch abnehmen und, also für die Zeit, während du Sex hast, dass der Behälter weg ist? Das geht nicht? Ne, da ist immer so ein kleiner Beutel dran. Aber im Prinzip behindert der eigentlich überhaupt nicht. Wie groß ist der Beutel? Wie groß muss man sich denn vorstellen? Ungefähr 10, 15 Zentimeter. Also der ist nicht groß, also 10, 15 Zentimeter. Ja. Das heißt, wenn man mit dir schläft, muss man halt sich dann daran gewöhnen, dass auf deinem Bauch dieser Beutel oder der Behälter ist? Ja. Und du sagst, dass du auch den Katheter einführen musst, um den Urin auszuscheiden. Ja. Das behindert dich aber in deiner Sexualität nicht? Nein. Das kannst du vorher machen und dann ist das ganz normal dann alles, ne? Ja, genau. Wenn du Männer kennenlernst, du hast gerade so eine Andeutung gemacht, sagst du denen das schon rechtzeitig oder lässt du es dann auf den Moment ankommen, wo ihr ins Bett geht? Ne, eigentlich schon vorher. Und wie sind da bisher die spontanen Reaktionen gewesen? Zurückschrecken? Ja, doch. Abschränkt. Ich glaube, das ist traurige Wahrheit, Ines, dass du wahrscheinlich oft mit solchen Reaktionen immer wieder rechnen musst. Ich kann dich aber wirklich nur ermutigen und auch darin bestätigen, dass du das den Männern sagen solltest und dass du vor allen Dingen dich nicht kleinkriegen lassen sollst vor diesen negativen Reaktionen. Ne, das eigentlich nicht. Ich habe ja selber damit keine Probleme. Ja, eben. Und ich bin fast sicher. Ich bin ganz sicher, dass über kurz oder lang wirst du einen Mann treffen, der sagt, ich liebe die Ines, so wie sie ist. Und dann ist es auch egal, wenn sie da halt ein bisschen anders ist als andere Frauen. Ach so? Das glaube ich schon. Ich glaube schon. Ich bin da wirklich ganz großer Hoffnung. Naja, aber ich bin ja der Meinung, man müsste das schon vorher mit auf den Karten spielen. Ja, das denke ich auch, ja. Du darfst, du musst nur damit schon rechnen, dass du immer wieder auch wirklich unangenehme Reaktionen von Männern bekommst oder distanzierte Reaktionen. Damit musst du wahrscheinlich leben, wenn man so eine Krankheit hat oder wenn man so etwas hat. Ja, jetzt geht es mir ja wieder gut. Gut, das ist keine Krankheit, also wenn das halt jetzt so ist wie bei dir. Ja. Aber du wirkst ziemlich powerig, das gefällt mir. Bleib so, wie du bist. Ja. Und ich wünsche dir von Herzen, dass da bald ein guter Mann kommt, der dich so von ganzem Herzen liebt, wie du jetzt bist und wie du lebst. Ja, danke. Alles Gute, Ines. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 15 Jahre alt. Mensch, wer ist hier 15 Jahre alt? Ja, Robin. Das könnte es nur du sein, ne? Ja. Hallo, Robin. Ja, also mein Problem ist, dass ich, wie heißt es jetzt, dass ich zu nichts Lust habe. Warum nicht? Ja, also ich hocke die ganze Zeit nur in der Wohnung rum. Gehst du nicht zur Schule? Doch, ja, zur Schule gehe ich noch, leider, muss ich ja noch. Was gehst du, auf welche Schule gehst du? Hauptschule. Dann bist du bald fertig, ne? Na, ich muss noch zwei Jahre mindestens. Dann bist du ein paar Mal hängen geblieben. Ja, ich bin aber von der Schule gewechselt. Achso. Ja, und hänge nur zu Hause rum, gucke ein bisschen Fernsehen, spiele Computer. Dann geht es ja ganz selten mal raus. Hast du keine Freunde? Ja, nicht so richtige. Wie kommt das? Ja, keine Ahnung. Wie ist es bei euch zu Hause? Bist du Einzelkind? Ich habe noch einen Bruder, aber der ist auch jünger. Wie ist dein Verhältnis zu den Eltern? Also zu den Eltern, ja, das ist eigentlich ganz gut. Nur die sind ja, die sind selten zu Hause. So am Nachmittag bin ich immer ganz alleine zu Hause und so. Was machen die vom Beruf? Ja, meine Mutter arbeitet in unserem Geschäft, haben wir so einen eigenen Laden. Und mein Vater ist auch hier bei der DT-Mobilien. Wie lange geht denn jetzt schon die Phase, dass du keinen Bock auf nix hast? Null Bock auf nix, ne? Ja, also fast zwei Jahre. War das früher anders? Ja, früher war ich dann in der Grundschule da, hatte ich also viele Freunde und so. War fast gar nicht zu Hause und so. Was ist Thema Mädchen? Läuft nix? Ne, seit ein Jahr schon nicht mehr. Wie kommt das, Robin? Wie erklärst du dir das selbst? Das klingt ja so, als würdest du ganz abgekapselt leben. Ja, keine Ahnung. Ich habe mich halt vielleicht schon so dran gewöhnt, dass ich keine Freunde kriege und so, keine richtige. Schämst du dich für irgendetwas? Ja, also, jetzt zum Mädchen ansprechen, das traue ich mich nicht so. Also, eigentlich sonst nicht. Aber so mit Jungs rumziehen, irgendwelchen Scheiß machen oder ins Kino mal gehen oder weiß ich was, was man alles so macht. Mich haben zwar schon mal welche gefragt, aber dann sage ich, ja, ich habe keine Lust und so, weil die finde ich nicht so gut, die Freunde, die Klassenkameraden nicht. Sport ist auch kein Thema für dich? Sport, ja, nur in der Schule mache ich gerne, aber so. Also in Sportvereinen gehen wäre nix für dich? War ich schon mal, bin ich dann wieder rausgegangen, weil ich keinen Bock hatte, dann immer samstags wegzufahren und so. Interessierst du dich für Fußball? Für Fußball, ja, so ein bisschen. Auch nicht so richtig. Also selbst spielen wäre auch nicht das Richtige für dich. Aber du fühlst dich dann zu Hause auch nicht so wohl, oder? Findest du das gut zu Hause? Das ist scheiße, wenn man immer so alleine ist. Abzuhängen, langweilig, immer Fernsehen zu gucken. Ja, schon langweilig. Was sind deine Pläne? Zwei Jahre, gut, ist noch eine Weile hin, aber was möchtest du immer machen später? Ja. Da habe ich noch keine richtigen Gedanken drüber. Vielleicht mal bei meinen Eltern im Laden mitarbeiten, vielleicht. Also eine Lehre willst du machen? Ja. Du musst den Arsch irgendwie hochkriegen, Robin. Und ich glaube, das kann man auch nur, da wird ja keiner richtig bei helfen. Da musst du dir selbst irgendwas überlegen, dass du selbst irgendwas machst. Und wenn du auch, also ich glaube, man muss da manchmal gegen sich selber angehen. Ich habe den Eindruck, dass du dich auch ziemlich gehen lässt. Du hast null Bock und hängst einfach ab. Und du brauchst den Tritt in den Hintern, aber den musst du dir selbst verpassen. Weil das Leben einfach angenehmer ist, wenn du unter Leute kommst. Versuch doch einfach mal ein bisschen Kontakt aufzunehmen zu denen. Es muss irgendwelche Leute in deiner Schule, in deiner Umgebung geben, die du einigermaßen nett findest. Ja. Findest, gibt es, ne? Ja. So, da kannst du doch von dir aus mal den Vorschlag machen, komm, wir machen mal was zusammen. Weiß ich nicht, Kino, irgendwas, was euch interessiert. Ja. Und das wäre vielleicht der erste Schritt, einfach mal ein bisschen so raus in die Welt. Und dann ist es auch einfacher, vielleicht mal Mädels kennenzulernen. Jetzt, aus der Situation, aus Mädels kennenzulernen, kannst du, glaube ich, vergessen. Ist viel zu schwierig. Du musst das in ganz kleinen Schritten machen. Du musst dir was vornehmen. Du musst dir einen richtigen Plan machen. Also die nächsten Tage unternehme ich das und das und das und versuche da mal was zu machen. Ja. Das wird dir einfach besser gefallen, wenn das am Anfang auch schwierig ist und für dich vielleicht auch eine Überwindung darstellt. Hinterher ist es gut, glaub es mir. Dieses Einkapsel macht einen einsam und es ist alles Mist, letztendlich. Also mach dir einen Plan für die nächsten Tage, für diese Woche schon und spring über deinen eigenen Schatten und verabrede dich mal mit irgendeinem Kumpel, den du einigermaßen gut findest. Okay, versuchst du mal? Ja, okay. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Inge. Stimmt das? Inge, 59. Ja. Guten Morgen, Inge. Guten Morgen. Ja, ich rufe an zum Thema Brustverkleinerung. Ja. Da ist am Montag, letzten Montag eine Dame gewesen, mit 18 Jahren hat die sich die Brust verkleinern lassen. Und dann am Mittwoch hat ein junger Mann seine Frau fotografiert bei der Operation. Und diese beiden Fälle sind ja eigentlich sehr gut ausgegangen. Und dann habe ich das Problem, dass das überhaupt nicht gut ausgegangen ist. Du hast auch eine solche Operation gehabt? Ja. Jetzt im vergangenen Jahr im Juni. Ja. Und der Arzt hat mir da so Versprechungen gemacht und die Brust, die sitzt jetzt hinterher fürchterlich aus. Hattest du auch eine sehr große Brust? Ja, ich hatte, das ist 95 DD, das ist schon sehr groß. Das ist sehr groß, ja. Und die rechte Brust war in den letzten anderthalb Jahren doppelt so groß geworden als die linke. Doppelt so groß? Ja. Und das schneidet dann ja die Träger ein und alles Menschenmögliche, Rückenschmerzen und was dazu kam und hat die Krankenkasse das bewilligt. Und dann wollte ich eigentlich nur die eine Brust der anderen anpassen lassen. Ja, und dann meint der Arzt auch, ich mache ihn dann ganz ästhetischen Busen und Brustwarzen versetzen und, und, und. Na ja, und dann habe ich mir das überlegt, habe mit der Krankenkasse gesprochen und die meinte dann auch, ich sollte beide Seiten machen lassen, sie würden das jedenfalls genehmigen. Ja, und jetzt im Nachhinein habe ich noch zwei grundverschiedene Brüste, eine Spitze, eine runde, größere Hängebusen. Also die Verkleinerung, das hat funktioniert, also sie sind viel kleiner, aber sie sind ganz unterschiedlich und sehen überhaupt nicht schön aus, so wie du es dir gewünscht hast. Nee. Ja. Die eine steht ganz spitz wie bei so einem 18-jährigen Mädchen und die andere ist ein Hängebusen, kann man sagen. Was sagt denn, du warst ja sicherlich bei mehreren Nachuntersuchungen, was sagt denn der Chirurg? Ich soll mir einen anderen Chirurgen suchen, er geht da nicht mehr bei. Das hat er gesagt? Ja. Wie, bekennt er denn quasi, dass er da einen Fehler gemacht hat? Nein, er sagt, das wäre eine sehr schwierige Aufgabe gewesen, sagt er jetzt im Nachhinein. Und dass er da nicht nochmal wieder beigehen würde. Und du bist natürlich sauer? Ja, ich habe eine Narbe, nicht sonst, so wie ich das kenne, wird das so rund unter dem Busen direkt geschnitten. Ich habe von der einen Seite, also unterm Arm bis zur anderen Seite unterm Arm quer unter dem Busen einen Schnitt, der ist über 50 Zentimeter. Dann irgendwo habe ich einem am Ende der Narbe an beiden Seiten eine Falte eingenäht, was so ein richtiger Bakterienherd ist. Und da muss was dran gemacht werden. Ich bin auch jetzt noch bei zwei Ärzten gewesen, der eine sagte wieder, ja gar kein Problem und das mache ich, da könnte ich jetzt im März schon wieder ins Krankenhaus. Aber du bist vorsichtig und hast Misstrauen. Ja, ich habe mir dann über die Vereinigung der Deutschen Plastischen Chirurgen so eine Broschüre kommen lassen und da stehen von ganz Deutschland die Ärzte drin und bin dann nach Essen gefahren. Und der Arzt sagt auch, also bevor nicht ein Jahr vergangen ist, geht er da sowieso nicht dran. Die Narben müssen erst ganz, ganz verheilt sein. Ja und dann müsste ich erst noch zehn Kilo abnehmen und aufhören zu rauchen. Also da steht dir eine richtige Tortur bevor, wenn du das machen. Hast du denn von diesem Arzt, der dir das, das klingt ja auch seriös, was der sagt, hast du zu dem Vertrauen? Ja, aber ich will mal sagen, das klappt nicht beides. Also ich kann wohl abnehmen, zehn Kilo abzunehmen ist gar kein Problem. Da habe ich zwei, drei Monate Zeit, das kann man schaffen. Aber das Rauchen schaffst du nicht? Wenn ich das Rauchen auch schaffe, wenn ich jetzt aufhöre zu rauchen, nehme ich zu. Ach so, klar, das ist der alte Effekt, ja. Ja, ich möchte noch mal fragen, hast du darüber nachgedacht, diesen ersten Arzt in irgendeiner Weise zu belangen? Ja. Das finde ich, das klingt nämlich wirklich so. Ja, also das ist so ein Murks gemacht worden. Ich muss allerdings sagen, ich hatte als Kind die ganze Brust verbrannt, bis die linke Seite den Auge war raus. Und diese Narben sind jetzt 50 Jahre alt. Und gerade aus dem Grund habe ich gesagt, ob das kein Problem gibt wegen dieser Brandnarben. Nein, sagt er. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil das sind doch alles harte und das waren Verbrennungen dritten Grades. Das ist nicht durch, dass das nur so oberflächlich war. Also deine laienhaften Bedenken waren durchaus begründet. Ja. Und er hat sie vom Tisch gewischt. Ja, die vom Tisch. Und ich hatte auch gedacht, naja, am Ort bist du und keine weiten Fahrereien. Ja, wie man so entscheidet dann, ja. Ja, und seine Argumente, die waren auch, ne, das ist jetzt alles hundertprozentig. Ich muss allerdings sagen, die Brustwarzen hat er gut gemacht. Die sitzen gut. Inge, bist du da gut informiert über so Ansprüche von Patienten? Nein. Nein, bist du nicht. Da würde ich dich nämlich gleich auch gerne nochmal mit meiner Psychologin verbinden. Er rückt auch ganz einfach die Unterlagen nicht raus. Genau. Ich habe meine Krankenakte angefordert. Genau. Wir haben nämlich Adressen von, auch von Patienten, Selbsthilfegruppen. Es gibt in Deutschland zahlreiche Gruppierungen, die sich mit Kunstfehlern beschäftigen von Patienten. Die würde ich dir gerne anbieten. Oh ja. Damit du da gute Kontakte findest und beraten wirst vor allen Dingen, nachdem du schon einmal jetzt reingefallen bist. Ja. Dann machen wir es so, du legst jetzt gleich auf. Ja. Elke ruft dich an und sie wird dich dann mit den entsprechenden Daten und Adressen und Telefonnummern versorgen. Okay. Aber auf jeden Fall habe ich schon raus, das würde ich dich gerne noch fragen, du möchtest auf jeden Fall gerne noch eine Operation machen lassen, um das schon zu regulieren. Ja. Ja. Weil auch diese Falten, die an der Seite eingenäht sind, die können nicht bleiben. Wenn das jetzt im Sommer heiß wird, das ist immer furcht. Das sind regelrechte Bakterien her. Ist das auch entzündet im Moment? Nein, im Moment nicht, aber ich schätze, dass das im Sommer kommt, wenn man viel schwebt. Die Gefahr besteht, ja. Und es hat auch sehr lange gedauert, bis überhaupt die drei Stellen, da laufen ja drei Nähte zusammen, jemals von der Seite und in der Mitte wird das ja auch geschnitten bis zur Brustwart sehen. Also dein Fall ist jetzt auch nochmal ein gutes Beispiel dafür, für alle anderen betroffenen Frauen, bevor sie sich unter das Messer legen, gut zu suchen und gut zu recherchieren, dass sie auch wirklich einen ordentlichen Arzt finden. Kommt wirklich auf einen kompetenten Arzt. Unbedingt, ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Inge. Ja, danke. Und du wirst gleich von der Elke nochmal angerufen. Jo, tschüss. Tschüss. Tom, 22. Hallo. Hallo. Ja, mein Problem ist, ich weiß gar nicht, ob es ein richtiges Problem ist, dass ich militant bin, also in den letzten Monaten super militant gegen Autos geworden bin. Militant gegen Autos? Ja, also... Du schlägst Autos ein, oder was? Ja. Trittst gegen Autos. Ich muss sagen, ich bin schon mein Leben lang Fahrradfahrer. Und dazu kommt, dass ich seit ca. einem Jahr Fahrradkurier bin. Und dadurch... Und du hasst die Autos, die auf den Fahrradwegen stehen, zum Beispiel. Ja, das ist gar nicht so schlimm. Das auf jeden Fall auch. Was ist denn das Schlimmste? Dass ich... Dass das immer größer wird, der Hass. Also, dass ich eigentlich nicht aus der Stadt... Ich will jetzt auch gar nicht sagen, woher ich komme. Nein. Dass der Hass gegen die Autos immer größer wird. Was machst du denn konkret mit den Autos? Ja, die Aktionen mit den Autos laufen eher nachts privat ab dann. Weil ich das ja tagsüber nicht groß machen kann. Was denn? Wenn ich zum Beispiel am Wochenende von einer Party zurückkomme oder weiß, was ich woher und bin halt ein bisschen betrunken, dann müssen halt ganze Straßenzüge voll Autos dran denken. Ja, manchmal einen Schlüssel auspacken und... Oder wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, lauter Spiegel und sowas. Die zerstörst du dann? Ja, aber ich freue mich dann irgendwie, weil ich mir immer einbilde, dass ich irgendwas dagegen tun werde, gegen diese ganzen Autowahnen. Aber das ist ja schon hirnrissig. Ist ja klar, was du da machst. Und du gefährdest natürlich, wenn du angezeigt wirst, kriegst du da unter Umständen eine deftige Strafe. Und das ist völlig idiotisch, was du machst. Pass auf, damit wir uns gleich klar verstehen. Ich kriege auch immer den Hals, wenn ich durch Köln gehe, wenn ich die vielen, vielen, vielen Autos sehe und den unglaublichen Gestank in der Stadt wahrnehme. Und es werden ja immer mehr und die Situation wird immer schlimmer. Da sind wir uns völlig einig. Trotzdem ist das natürlich der blödeste und primitivste Weg, da irgendetwas zu unternehmen. Dadurch reduzierst du nicht die Masse der Autos, indem du da irgendwelche Kratzen an den Autos... Ja, auch klar. Aber es ist nur so ein Ventil halt zum Wut rauslassen. Ja, aber dann kommt die Wut ja vielleicht ganz woanders her. Vielleicht hat das mit den Autos gar nichts zu tun. Vielleicht hast du ja irgendwelche anderen dicken Problems in deinem Leben, dass du erstmal in die Richtung denkst, wo die Hauptursachen sind. Weil, stell dir mal vor, ich bin da deine Auffassung, dennoch fahre ich selbst auch kein Auto. Und versetze dich mal in die Lage von jemandem, der vielleicht auch ein Auto braucht. Es gibt viele ältere Leute, es gibt Berufstätige, die vielleicht auch gespart haben auf ein Auto. Ja. So, und du, Hirni, gehst dann da vorbei und nehmen wir an, ein älterer Mensch, der ein Auto hat, hat sich einen neuen Golf gekauft oder so und du machst dem das wieder kaputt. Und der muss das dann aus der privaten Tasche zahlen. Finde ich scheiße. Ja, sicher. Ja. Ne? Schon klar. Also, wenn das ein Ventil ist für irgendetwas, dann denk darüber nach, wo es vielleicht herrührt. Und lass die Finger davon. Es ist völlig idiotisch, Tom. Es bringt überhaupt nichts und du schädigst vielleicht wirklich Leute, die du eigentlich sehr nett finden würdest, unter Umständen, wenn du die kennenlernen würdest. Ja? Finger davon lassen. Okay? Ja, ich werde es probieren. Probier mal. Ciao. Okay, tschüss. Jetzt haben wir den Jens. 22. Hi, Jürgen. Jens. Ich wollte den Goldfischsex aufklären. Aha. Ich bin gespannt. Schließ los. Und, frag, hat das eine kurze Vorgeschichte? Nein, fast nicht kurz. Alles klar. Also, das ist Sex ohne Extremitäten. Die werden entweder zusammengebunden. Ja. Oder wie auch immer. Und man macht das ohne Arme und Beine. Wunderbar. Woher weißt du es? Das ist die Vorgeschichte. Wir fahren einmal im Jahr mit meinen Kumpels selten. Ja. Und da wird dann alles an Erotikheftchen gekauft, was es gibt. Und da stand das irgendwann mal drin. Das ist ja wunderbar. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Es ist richtig, was du gesagt hast. Ich lese gleich hier noch im, oder ich kann es ja dranbleiben, aus meinem Sexlexikon vor. Da steht Goldfischsex. Fische haben keine Hände und lieben sich trotzdem. Goldfischsex wird deshalb Sex ohne Zuhilfenahme der Hände genannt. Die Partner liegen mit gefesselten Handgelenken beieinander und versuchen mit Zappeln und sich Winden zusammenzukommen. Aus fernöstlichen Ländern importiert. Dort als Partyspiel mit Zuschauern sehr beliebt. Nachdem ich das gelesen habe, habe ich überlegt, ich muss unbedingt in fernöstliche Länder fahren und dort an diversen Partys teilnehmen. Ich danke dir für deinen Anruf, mein Lieber. Und viel Spaß dabei. Danke. Tschüss. So Freunde, das war es von uns von der ersten Sendung dieser Woche in der Technik. Leo Scholten. Und morgen, ich habe es ja schon gesagt, heißt unser Thema Schlampen. Bitte alle Schlampen anrufen. Und bitte alle Leute anrufen, die mit Schlampen zu tun haben. Ab 0 Uhr sind wir erreichbar. Ab 0 Uhr sind wir ab 1 Uhr in der Praxis. Vielen Dank.